Du hörst den Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und wir werden heute eine Q&A-Folge machen. Es sind eine ganze Menge Fragen aufgelaufen, deswegen werde ich die jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten abarbeiten, versprochen. Jakob war so nett und hat uns seine Frage als Audio geschickt, deswegen spielen wir das jetzt hier gleich ein, machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's auch schon los hier. Bis gleich. Hallo lieber Norman, hier ist der Jakob von contentmentoring.com. Ich helfe Unternehmen bei ihrer Content-Strategie. Ich habe seit einiger Zeit bereits einen Podcast, das läuft auch gut. Content Marketing Mastery heißt der, ich produziere auf Englisch. Mich würde das ganze Thema Sponsoring interessieren, also was sind so Metriken, wenn es darum geht, einen Sponsor für den eigenen Podcast zu gewinnen. Also geht es da in erster Linie nur um die Reichweite oder gibt es da andere Stellschrauben, die wichtig sind, wenn ich mit meinem Podcast auf andere zugehe, um einen neuen Sponsor zu gewinnen. Da würde mich deine Einschätzung interessieren. Vielen Dank schon mal und liebe Grüße, Jakob. Ciao. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Vielen Dank, Jakob, für deine Frage. Es ist eine super spannende Frage, denn so ein Podcast kann natürlich in vielerlei Hinsicht ein interessantes Geschäftsmodell sein. Ich finde, mit dem Thema Sponsoring oder generell Werbeschaltung in einem Podcast hast du dir allerdings ein sehr schwieriges Thema vorgenommen, weil Werbepartner für einen Podcast zu finden schon per se eine echte Challenge darstellt. Das liegt einfach daran, dass dieses Format relativ neu ist, aber auch vor allem nicht so gut integrierbar ist in einen Kommunikations- oder Werbemix eines Unternehmens oder einer Marke. Das wiederum liegt daran, dass wir einfach einen Medienbruch haben. Also die Leute hören einen Podcast und sind ja dann angehalten und sagen, wenn du von dieser Aktion irgendwie profitieren möchtest, wenn du das Produkt kaufen möchtest, dann geh in die Show Notes und klicke auf den Link. Und wenn ich einen Podcast höre, dann suche ich mir eher eine Situation aus, in der ich eben kein Display brauche, wo ich am Joggen bin, am Autofahren bin und so weiter. Das heißt, der Podcast muss eine extrem hohe Sogwirkung haben und mich mit der Episode oder mit verschiedenen Episoden einfach so abholen, dass ich recht ranfahre und auf den Link klicke. Also das per se ist schon eine gewisse Challenge und die Werbetreibenden investieren im Podcast leider zu wenig Zeit. Das heißt, wir bekommen immer wieder Anfragen, kannst du unseren Werbespot in den nächsten zwei Episoden senden? Und dann schreibe ich immer zurück, mache ich gerne, aber wir können auch gemeinsam Lagerfeuer anzünden und dort Geldscheine reinschmeißen. Es bringt einfach schlicht und ergreifend nichts. Die Community oder die Hörerschaft eines Podcasts, die will natürlich auch mit auf eine Reise genommen werden. Die wollen auch den Partner kennenlernen, die wollen den Werbetreibenden kennenlernen. Und das dauert natürlich eine ganze Zeit. Und wenn die Kampagnen frisch aufgesetzt sind, dann werden die am Anfang nicht sofort funktionieren, sondern du brauchst einfach eine gewisse Zeit, vielleicht auch ein A-B-Testing, um herauszufinden, welche Kampagne letztendlich zu einem Kauf führt oder zu einem Lead-Gewinn führt oder zu einem Marken- und Imageaufbau führt. Also das ist ein Mittel des langfristiges Invest in einen Podcast. Und als Werbetreibende würde ich mir ganz ehrlich überlegen, hat der Podcast entweder eine extrem hohe Reichweite, dann wäre das natürlich für mich spannend, oder und hat der Podcast oder besetzt der Podcast eine bestimmte Nische, dann habe ich natürlich also keinen so hohen Streuverlust mit den Themen, die ich bewerben möchte oder mit den Produkten. Oder ist es mir möglich, als Sponsor oder Werbetreibender mit dem Podcast-Host oder mit dem Produzenten einen Deal zu machen, zum Beispiel in Form einer Kampagne, um neue Mitarbeiter zu gewinnen oder um ein Produkt abzuverkaufen oder um ein Produkt zu launchen, also einen gewissen Spannungsbogen herzustellen. Ich kenne auch Sponsorings, wo die Sponsoren sagen, okay, wir finden einfach dieses Podcast-Format cool. Wir trauen dem Ganzen zu, dass das richtig durch die Decke geht und wir sparen uns selbst, einen Podcast zu produzieren. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Ich hänge mich einfach an was ran, profitiere davon, ohne es selbst produzieren zu müssen. Also wie gesagt, dieses Geschäftsmodell ist extrem schwierig, hat einen relativ hohen Akquiseaufwand und man braucht eine hohe Frustrationsgrenze, weil es einfach nicht so einfache Sponsoren oder Werbepartner zu finden für so ein Format. Ich würde eher andere Geschäftsmodelle mit einem Podcast forcieren, um viel schneller auch in die Profitabilität zu kommen. Also da eignet sich das Sponsoring nur bedingt. Ich will es jetzt nicht ganz abtun, weil es gibt schon echt coole Podcasts, die auch perfekt mit Werbung funktionieren, aber die gibt es halt echt schon auch eine Weile oder die haben halt eben auch eine hohe Reichweite oder die sind verdammt in einer verdammt interessanten Nische drin. So, alles andere wird dann schwierig. Also wenn du kurzfristig eine Wirkung haben möchtest, müssten wir uns über ein anderes Geschäftsmodell unterhalten. Das soll meine Botschaft sein. Wenn euch das interessiert, welche Geschäftsmodelle zum Thema Podcasting noch, welches da noch gibt oder wie man das ganze Thema kombinieren kann, wie man schneller in die Profitabilität kommt, wie man schneller damit seinen Podcast monetarisieren kann, dann schreibt gerne bei uns in die Facebook-Gruppe oder auch LinkedIn-Gruppe euer Feedback oder gebt ein Voting ab. Und ich kümmere mich dann um eine Fortsetzung dieser Episodenreihe oder der Fortsetzung der Antworten auf die Frage, wie kann ich einen Podcast profitabel machen. Jakob, ich hoffe, es war irgendwie alles dabei, was du wissen wolltest, zum Thema Sponsoring. Es ist eine Challenge, es ist machbar, aber es erfordert wie gesagt Zeit-Invest auf beiden Seiten, Podcast-Host und Werbetreibenden und ein hohes Maß an Kreativität und Einfallsrecht, um da wirklich coole Kampagnen zu entwickeln, die auch für die Hörerschaft interessant sind, ohne dass es eine Dauerwerbesendung wird. In diesem Sinne freue ich mich auf eure weiteren Fragen, wenn ihr welche habt, schickt sie mir gerne als Audio per Telegram zum Beispiel oder welchem Messenger-Dienst auch immer und dann werde ich das hier in diese Podcast-Folge mit reinschneiden. Nur das Beste für euch und bis bald. Ciao. 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 Vielen Dank.